so der grund bau steht schon mal ich hab das hier verkackt naja Warum habe ich eigentlich hier auch welche gemacht? Bei dem Raum so scheiße Beim Haus bauen, Leute, müsst ihr wissen Ich führe sehr gerne Selbstgespräche Nein, ich denke nur laut Das ist noch was anderes Normalerweise wäre das so der Punkt Wo ich mir anfangen würde, Musik anzumachen Ja Ah, davor sind sie schon wieder, die Villager Auf der anderen Wasserseite Da ist ein bisschen Licht Ich glaube, die holen mich, die fünf von mir rüber Ich will auch dich Aber ich fühl mich zu dir rüber Die kommen sogar extra zu mir, weil sie mich so sehr wollen Die können einfach nicht die Finger von mir lassen Kommst du mal rüber zum Schlafen? Ja So, wenn wir das nächste Mal in den Dorf betreten, sind wir in einem Raid, ne? Solange du den Effekt hast, ja Ja, der geht doch lautstisch nicht weg, oder? Oder geht der irgendwann weg? Ich hab den irgendwann weg Eine Stunde und 40 Minuten Das Dorf ist eh noch weiter weg, also Also Nicht so weit weg, aber Ich glaube, da würde ich jetzt nicht extern laufen wollen für den Raid Das ist so viel Kohle, meine Wir sind da Du Richkind Oh mein Gott, hier war ein Dingsam Ein Tintenfisch lag hier einfach, ist bei uns gestrandet Ein Tintenfisch? Ja, ja, war bei uns gestrandet Der Arme Bist du das auch mit deinem Garten, ne? Ja? Du bist das auch mit deinem Garten Ja Hast du nur Weizen da, oder? Ich hab jetzt gerade nur Weizen Ja, weil wir auch noch Kraut und Kartoffeln haben Ja, das wollte ich jetzt vielleicht auch noch rein machen Obwohl, ich glaube, ich mach einfach mehr so, vielleicht Das ist dann komplett Weizen und dann Kannst du ja immer mehr Weil haben wir eh genug Erde, von daher Ruhig mir das andere Zeug ab, dann kann ich das dann gleich einpflanzen Brauchen wir denn die Kartoffeln? Digga, mach die Kiste, Mann Ey, die Kiste, Mann Ey, das nervt mir übelst auch, die Kiste Da oben ist Karotten Ja, doch, dann hab ich hier Ah, okay Ich helfe mir hier noch ein bisschen Erde mit Bäume gehe ich einpflanzen Der Tintenbeutel kann da bleiben Ich hab auch noch zwei Samen für dich hier Äh, dann muss gleich erstmal Holz rumgehen Okay, ich muss die Samen einkflanzen Ja, die Samen tun wir hier ein bisschen rum Ich versahme hier sämtliche Lebewesen Okay, das ist was Etwas, ja Da tun wir direkt eine Höhne hier in der Nähe Die waren überall Höhen Ja, egal Auch wenn eh ist keine Höhle, ist nur so eine Nische Auch noch ein bisschen Holz Okay, bei mir sind auch Schweine Also Schweine hatten wir auch hier direkt in der Nähe Wir haben den Oberschwein-Anführer Aka André Ich hab gehört, ich soll mein Birkenholz auch noch bauen Ich glaub dann ziehst du aus, ne Und dann zieh ich aus Und kommen die wieder zurück Machst du dein eigenes jetzt Play Ich hab ne Idee Ich hab die beiden einen Block Abstand zueinander Ich hoffe, es wird schön, was du da machst Ich brauch hier einfach nur Felder im Meer Nee, Spaß Ähm Du und schönes, ist ja Ist ja eigentlich, kann man nicht verdanken von dir Also Leute, ihr müsst wissen, wir sind einfach nur sehr Trash-talkig und toxisch zueinander Wir lieben uns eigentlich Guck Wir lieben uns einfach Er sagt auch nix dazu Eins, zwei, drei Erstmal, der muss sich halt konzentrieren beim Zählen Weil er kann Karten auch so bis zehn zählen Dann wird's schon schwierig Zahl ist so ein schwieriges Thema Ja Aber Das kriegst du auch schon hin Bin ich hier ein bisschen dabei Ich weiß halt, wo deine Schwächen sind Bei dir war's ja auf jeden Fall bei Shiny Melissa Ja, ich weiß Ich hab's jetzt aber endlich Und es kann eigentlich nur noch besser werden Bin ich ehrlich Ich kann immer so n chillige Trassen machen eigentlich Oder Weg zum, nee, hier ist dann der Weg zum Feld Also es kann eigentlich nur besser werden Ja, das nächste braucht dann nur 2000 Kann ja nur besser werden Dann quitte ich das Game Ich mach hier so ein Dreierfenster ein Ich hab ein sehr fensteriches Fensterreiches Haus So Ich will nicht derjenige sein, der das putzen muss Das ist deine Aufgabe Image Man müsste das putzen, Alter Stell ich mir schon hart vor Ich mag's ja eigentlich hart Eins, zwei, drei, vier Beziehungsweise machen wir das so Eins, zwei, drei, vier Das war meine Axt Das ist jetzt so ungefähr gleich Okay, das sieht das Das ist kacke hier Eins, zwei, drei, vier ist hier vorne Eins, zwei, drei, vier Okay Das ist noch feinig Das ist noch feinig Ja, natürlich Das ist noch feinig Ich geh gleich Vertaufeln und Karotten erstmal hin Weil wir davon noch nicht so viel haben Ich mach da jetzt mal beiges hin Später wird das dann getrennt Ich geh unter die Titanic Was gedrückt Warum ich nicht mehr auf dem Menü komme Was gedrückt besser nein das will ich nicht jetzt hab ich das falsche weggemacht 1,2,3,4,5 dann kann ich dann bis zielen Karotten und ab hier sind dann Kartoffeln ich bin so dumm mach doch schnell die Kartoffeln und dann können wir schlafen gehen ja passt hier perfekt noch rein geil passt perfekt was wir machen meint ich heute noch keine Ahnung musst du keine Lücken haben so was bin ich jetzt fertig ne ich muss noch ein paar Sachen platzieren fuck ja nicht so lang rum ähm wie hab ich das da gemacht ach so was mach ich eigentlich ich hab was ich muss jetzt mal schnell googeln was denn oder komposter oder weißt du das war zufällig ich glaube ja war da dass ich ja genau so natürlich immer in dem okay ich brauche noch eine davon ich brauche davon anders sieben stück ich war dann zentro kein ding finden gegen so ein ding zu bringen Wo ist denn, da ist das Da werde ich nämlich dann die ganzen Warmthbetterei machen Da könnte ich später so oder so mehr als genug von denen haben Das stimmt allerdings Die eine Ecke muss noch wachsen, das kann ich hier nicht ernten, richtig Ich wollte für den Dings Arsch, also, egal Ist ja gut So Ah Gott So, ne, das sieht doof aus So, das Weizenfeld ist schon mal komplett bestückt Da kann ich so da rein Bob, der Baumeister, können wir das schaffen? Ich glaube, bei dir will er sein, nein Bei dir sagt er, dass wir es nicht schaffen Bei mir sind Hopf und Malz und Dachse Ja Hallo, Wauwau Wenn ich mir jetzt noch ein bisschen Holz ranhole Da könnte ich anfangen gehegelt für Tiere zu machen Mach mal extra eins für dich, wo du dann festgehalten wirst Wusstest, was kommt Da wirst du mal rausgeholt, wenn ich dich brauche zum Züchten Ja, dann hole ich was anderes raus Dann sollst du ja züchten, ne? Ja, genau Dann vermehre ich mich Und besahme die anderen Meiner Art Ich habe mich auch in der Nähe Am besten wäre ich Hier wäre ich am besten, Alter Was wird?